Oh, ich hab sie schon gebaut. Oh Gott. Ja, das war's, das war's, das war's, das war's. Oh, wir sind Toast. Hier kommt die ganze Arcadia Bay Fire and Police Department. Uh, so what should we do? Rewind time? Um. Heißt... Wo ist denn Chloe jetzt eigentlich? Ah, okay. Heißt doch, wir sollten als erstes noch irgendwas abschalten, oder? Wo ist der Alarm? Wo ist der? Was müsste ich denn machen? Ich hab grad so Panik einfach. Okay, wir probieren's einfach noch mal. Oh, ich weiß wie. Kann ich nicht rein? Ja, aber was denn? Ach, halt, die Türe ist ja schon offen. Wir gehen jetzt hier hin... ...und drehen die Zeit zurück. Jawoll! Wie geil! Wie die jetzt gucken wird. Was? 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 Blackwell Academy with a academic recording that's a prod like I'm not gonna read my own personal file yeah that's when we're not supposed to listen max as you prefer to be called this concert quite a tennis student and her photography, her GPI fluctuates and she has acknowledged the back of her quite intelligence to have some complaints by her to be heard some of her members would like max to speak up more in class anymore as I did this is a common student suggestion rather than a this time there is an ongoing police I have to make sure that a woman doesn't have a criminal background you know that's a richtig viel ihr könnt is alles lesen wenn ihr möchtet ich jetzt extra für euch drauf gehen student with a high GPA GPD student oh man hey this is christen of accident in the sense of Blackwell is the gift of course of course I've got a man Okay, also alle bauen auch richtig auf. Warren, das scheint so ein richtiges Genie zu sein, hä? Okay. Oh. Rachel doesn't seem so troubled, based on all this. Hier haben wir was. Oh, Gott, nein, um Himmels Willen. Oh. 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 Zahra, der Präsident und der Hochschule hinz С Okay, weiter. Chloe? Okay, so... ...even though... Chloe's intelligent student with potential, she chooses to squander an anti-rebellion against a non-mandatory institution. Chloe Price is no longer a student at Blackwell. Okay. So... Wo denn da noch? Ich war doch jetzt überall, oder nicht? Ich traue mich nicht, das Licht anzumachen, um ehrlich zu sein. Aber ich wette, ich muss es machen, da ist nämlich was. Ich wusste es. Boah, okay, jetzt könnt ihr euch durchlesen, ich lese es jetzt nicht alles durch, ich hab da gar keine Lust drauf. Ich glaube, wir haben alles in hier gefunden. Ich sollte jetzt gehen, Chloe. Ja, das Licht lieber ausgemacht, ich hab total Angst, dass uns von draußen jemanden sehen kann. Was ist das? Hab ich den schon angeguckt? Das ist so cool, dass meine Signature tatsächlich counted. Geht, Miss Grant. Ich denke, dass ein Bully in der Prescott DNA ist. Okay. Um... Uh-oh. Uh-oh. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? In the dark room. Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. That's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No. No. You're not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. What's the powers your best friendship? I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello. What have we here? Oh, oh. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped phone. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Yeah. Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Wir lassen das Geld dort. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but... I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash. But yes, moral max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office more. Hör auf, rum zuhören, Chloe. Chloe. Wir wollen nur die Sachen rausfinden über Rachel und alles, aber nichts stehlen. I know that money would have helped Chloe and me. Ja. Weiß ich. Aber wir machen's trotzdem nicht. Hat's jetzt einfach die Tür hinter sich zugemacht? Entschuldigung? Bitch! Oh oh. Hör auf. Hör auf. Das impisch look scares mich. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You wanna take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish Splash? You're right. We hella deserve it. Splish Splash. Did you actually just say Hela? I think I'm a good bad influence on you. Hör auf. Jetzt gehen wir schwimmen, oder was? Das ist ja saucool. Aber irgendwas wird jetzt passieren, ich weiß es. Spontane Aktionen führen immer zu sowas. Spontane Aktionen sind zweimal die coolsten, aber Spontane Aktionen führen auch... Ja, komm, wir gehen schwimmen, was soll jetzt großartig passieren? Kriegen wir halt Ärger ein bisschen, ja. Ähm... Ach komm, gehen wir... Ich bin kein Porby. Dann gehen wir mal zu den Männern rein, oder? Vielleicht ist ja auch was drin... Ist das von Nathan? Logans, von dem ist das? Stimmt, wir können jetzt richtig gucken. Logan. Ich glaube, ich sollte das als Evolution considerieren. Dana, ich weiß, ich bin ein A-Hole. Aber ich liebe dich immer noch. Liebe, Logan. Oh, how sweet. Okay, wir gucken weiter. Vielleicht finden wir hier was wirklich Interessantes noch. Über Nathan vielleicht ist... Hat er ja auch irgendwie so ein... Ach, da haben wir so eine... Wie nennt man das? Das muss sein, um die Kinder zu trainieren. Cellphone? Was? Zack ist wirklich interessiert. Wissen Sie nicht, was passiert, wenn ich hier bin? Hey, think bad things about you. Cool, what are you wearing? Just my crystal necklace and phone. Hot. What are you wearing? I'm in locker room. Only wearing a jersey. Sitting on my football. Waren die sexting? Okay, haben wir... Okay. Achso, ja. Boah, ey. Kann ich das nehmen? Nee. Warren. Hä, ist die doof? Obwohl, ich bin mit sowas auch richtig schlimm und voll blind und dumm. Aber der ist ja ganz offensichtlich in dich verknallt, du Dumminus. Okay. Some poor hipster lost their vape. Okay. No, Nathan. Gucken wir doch gleich mal rein. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs. Right? Die hat sieb haben. Was ist das? Ich würde gerne wissen... Achso, okay. Ich würde gerne wissen, für was das ist. Okay, er nimmt Medikamente. Das wissen wir jetzt. Können wir auch zufällig in die hier rein? Vielleicht hätten wir ja was bei... Dings nochmal gesehen. Bei Kate in ihrem Umkleideschränkchen. Aber okay. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Deswegen... Sometimes. No worries. It's all bad. Finden wir hier noch was? So, hier sind die Duschen. Also stimmt, wir sind bei den Männern drin. Ich dachte gerade... Victoria loves the D. Muss ich mir die eigentlich immer angucken, dass das dann auch so gewertet wird? Also, Victoria loves something besides herself. Ja. Penisse. Welcome to 1950. Max ist so Feminazi. Oh, was ist das? Ooh. These are some fancy pool glasses. Kann ich die irgendwie nehmen oder so? Obwohl ich die niemals aufheben würde. These are some fancy pool glasses. Wenn die neben dem Klo liegt. Okay. Gucken wir mal, ob wir... Ähm... Ins... Ja, Richtung Wasser können. Oh, Tatsache. What? Okay, soll ich mich erst hier umgucken? Oder soll ich gleich mit dir reden? Sorry, Leute. Aber ich muss mich immer erst umgucken. Ich habe immer Angst, dass sich was auslöst, wenn ich das gleich mache. Und dann nicht mehr die Gelegenheit dazu habe, mich umzugucken. Kann ich ins Wasser rein? Nee, okay. Hier scheint aber echt nichts zu sein. Was ist das? Hätte ich das jetzt lassen sollen? Nee. Das lasse ich. Das lasse ich. Okay. Wir gehen zurück zu Chloe. Ups, was ist das? Cool. Sicher cool. Ja, ich bin auch so ein Spiel gekennend. Ich würde das mitnehmen. Komm, Chloe. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Okay, wenn wir jetzt wissen, wo dieser Lichtschalter ist. Ist der hier drin? Was ist das? So ein... Okay. Gucken wir uns wieder alles an. Ich meine, es muss... Ich brauche nichts. Was? Achso, okay. Ich dachte gerade, what? Okay. Wo hat es jetzt diesen... Switch on? Ah, es sieht doch gut aus. Okay, das ist schon sehr romantisch, aber ich würde wahrscheinlich das Licht auslassen. Gibt es hier noch irgendwas, was ich sehen müsste? Halloween-Körbis? Okay. Na, hä? Na, halt. Wich denn? Wo kommt... Hallo? Komm rein! Oh, ja, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Die ganze Zeit voll witzig, wie das aussieht. Ich hätte so gerne so einen Pool für mich zu Hause, irgendwie. Michelle was hier. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. But what if I didn't do that? God. But what if I had? What if you and Kate would both be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber. Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. You're the bro killer. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're going to make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Ahhhh! Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter vs. Shark style. I, uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm going to freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. You would know. Huh? Hide! Huh? We have to go now. Yeah. Make sure you go to the whole place. Are you shitting me? Scheisse! Dude, hide! Like when we were kids. Okay. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? Yeah, come down. Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Okay. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Hey! How do I do this? How do I do this? How do I do this? Und jetzt? Und jetzt? We are so invisible. Let's fail. Mann, hatte ich gerade einen Stift in der Hose. Hey, puh. Nein! Turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives? They're still not here. They're not here. They're not here. They're not here. They're not here. Into the car. Get in. Yeah, but... Yeah, but... You know... Also, your father knows your car, your Stiefvater. Und somit ging die Türe von alleine zu.